Krebs. Diese Schockdiagnose ändert schlagartig alles. Für die Betroffenen, ihr Umfeld, das ganze Leben. Wir widmen uns am 20. September einen ganzen Tag diesem Thema. Mit bewegenden Reportagen, emotionalen Interviews, renommierten Experten, engagierten Prominenten und der glamourösen Charity-Gala Dreamball von DKMS Live, der gemeinnützigen Organisation für Krebspatientinnen. Der Dream Day, Mittwoch, 20. September live bei Health TV. Eine Kooperation von Health TV und DKMS Live.